Es war keine gute Idee, die Stelle in dem Museum anzunehmen. Wer kann sie so abgeschlachtet haben? Dario Argento präsentiert... ...die Wachsmaske. Hier muss etwas Furchtbares zugestoßen sein. Alle Künstler streben nach Perfektion. Wir können nichts mehr tun, verschwinden wir. Er wird mich vor ihm beschützen. Der Mann ist ein Wahnsinniger. Ich muss bei ihm bleiben, egal wie gefährlich es ist. Ich werde eine neue Szene nachstellen, mit mehr Gewalt. Sie wird schon seit Tagen vermisst. Ich habe nur die Hand auf Metall gesehen. Sie verstört alles! Wenn Sie ihr etwas angetan haben, dann bringe ich Sie um, das schwöre ich bei Gott! Die Wachsmaske. Das Gesicht der Angst. Das Gesicht. Die Ohren